Das Gerät hier ist das Landstück hin. Hier benötigt ihr Schultermuskulatur und den oberen Rückenbereich. Bei diesem Gerät abdehnen so eine rote Markierung. Diese sollten, das hier auch angezeigt ist, in Schulterhöhe sein. Das bedeutet, ich rutsche jetzt hier einmal. So, dreht die Griffe nach innen. Und dann drückt ihr die Arme in einer optimierten Bewegung nach außen. Ohne Schwung, ganz wichtig, wenn ihr Schwung wehren müsst, dann ist es nicht zu hoch. Die Probleme ist bestimmt, dass es dann auch nicht zu hoch ist. So, jetzt gehen wir mit den Auss rất zu hoch. Das war's für heute. Ich habe jetzt jetzt eine kleine K EDV-Beatlet-Besenschläge. Das war's für heute. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.